Jawolls. Keine Chance, keine Chance. Nee. Alter, da bin ich jetzt mit einer Passiv. Ich könnte jetzt schon lieb... Ich könnte jetzt schon lieb... Quatsch. Doch. Boah. So gerade eine veronische Unlucht auf LOL. Das ist nicht normal. Beeinflusst du unser Zuschauer-Publikum-Zeug hier wenig negativ? Jo. Und leidest du dazu mit League of Legends aufzuhören? Genau. Nee. Nee. Also ja, oh Gott. Geben sie ihre Meinung dazu ab. Werde die Scenes genau selbe wie ich. Die Hand bestimmt... Aaron, du hast schon lange keine Publikumsfrage mehr gestellt. Ja, das stimmt. Hau mal raus. Wir bekommen ja auch eine Publikumsantwort. Das ist ja das Stimmen. Ja, aber wenn's mir seine Wimmel... Ach nee, ich spoiler jetzt mal nix. Nee, nid spoilern. Noch, noch nid. Solang man noch... äh... Viewer auf... League of Legends Videos. Kann spoiler ich noch nix. Alter! Was ist mit der geschehen? Macht die wenig damage. Jo, ich hatte ja Overcare-Watch den... Gunn jetzt in die Air Tower... Adaktiere. Ja, klar! Hitsch! Wenn ihr so viele Gangs vom Amumu kriegen. Ich hab mein Passiv genau auf die Akali geschaut, wie sie sich für dich herangezogen hat. Und ich bin hier jetzt draußen. Die Warnung ist nicht im Saargeheim. Bot Tower Down So lang 25 AP hab ich 25 Hm Ich komm mit 10 Millionen Leute Bot Alter macht die Dimmung sicher Klar Monstrofaktor Der Amumu ist nie im Fight, nie Selbst jetzt geht er noch zu Angle Alter Die Dimmu ist the blue, der braucht gar nicht so zu machen Hm Gut der Amumu Sehr tanky auf jeden Fall Na und jetzt setzt nicht da den Macher Face auf Klar Bestia Kali hübsch Bestia Kali hübsch Alter Die Kanne zu viel Damage macht Amumu jetzt zieh Klippe Sehr gut Klipp Akali ist down Ne Akali bleibt down Doch Akali war down naja der ist da und weiß nicht was du jetzt guckst, dem weiße da und jetzt geh doch in Ambo jawoll jawoll alter ich bin jetzt auch h ich hab gebocken hey dann darf ich jetzt schon ums Worte machen ich will die aufnahme bitte nicht hoch also lad so hoch mein Gott ich lief noch ich hab mich überhaupt gebocken auf Leu momentan okay tschüss tschau bgst.eu mhm mhm naja komm fuck you fuck you scheiß mhm 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 が Oh, nice SS, meine Fresse, Bot ist komplett durchgepusht. Ich steu um, auch gut abheben. Gut, Video jetzt nix, 4G, 5, aber trotzdem, bitte, 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 scheiße, alter, lol, ich hab' ich gar nicht gemacht, ich hab' ich gesagt, ob du kommst, was du kommst. Das matchst du. Na ja klar, 20 Surrender wird ja eh nix. Oh, le Block. Was war'n das? Also, Kartos, Uldi. Ich glaub' der Kartos steht auch nur in der Pace und macht die ganze Uldi. Ich hab' die grad zum Möhrchen mal aufgete. Ich auch. Aber ich hab' noch nie gesehen, glaube ich. Doch, mich hat er eben gemäht. Uldi. Unser Jungler macht ja eh nix und Poligermann oder Blu kommt was von rechts. Die machen wir, glaub ich, gerade. Ja, das wir gehen doch noch zu der Sprung hin. Oh, toll, ich hab' ich Darth-Shatter durchgesagt, ne? Oh, toll, ich hab' ich Darth-Shatter, du hast gesaved, ne? Ah, die hielt sich hoch Das ist unmöglich Na, na, ehn mir nicht Ja, Tulli Na ja, dann hält er jetzt auch an, wie sicher Ach, shit Ich kann versuchen, hinzugehen und so hart ich will, ich verliere mir denn je, sicher, jawaii Oheeee Wieso tu tross? Ich verliere mir denn je, ohoooo Na, klar Ah, wenn ihr im Pongus jetzt nicht surrendern, dann gebt ein paar Respekt-Schelle. Die Mache 2G, Enski, Akali und Valiere. Oh, doch. Jetzt zurück ist sie garantiert. Doch, okay. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.